Musik Eine deutliche Aufwertung des Vorplatzes erfährt zur Zeit der Bereich an der Balberhöhle. Nach der Verbreiterung und Sanierung der Brücke werden jetzt nicht nur die Brückenanschlüsse, sondern ein großer Bereich der Auffahrt zum Platz und zur Höhle neu asphaltiert. Rund 100.000 Euro stehen für die Sanierungsmaßnahmen im Haushalt. Heute wurden weitere Vorbereitungsmaßnahmen mit der Verfestigung des Unterbaus gemacht, damit am morgigen Donnerstag zunächst eine grobe Tragschicht und anschließend die Asphaltfeinschicht aufgetragen werden können. Am Abend ist der Bereich dann wieder befahrbar. Bis dahin gibt es allerdings für die Zufahrt zum Restaurant erhebliche Einschränkungen. Die Sanierung wurde aufgrund des schlechten baulichen Zustandes der Brücke erforderlich. Im Zuge der Sanierung erfolgte eine Erneuerung der seitlichen Brückenkappen. Die südliche Kappe mit dem Gehweg wurde verbreitert, um die Sicherheit für den Fußgängerverkehr zu verbessern. Musik 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 Musik